...mein Karma. Ich würde es erklären, aber... ...Karma ist... ...Instacare. So ungern ich es auch zugebe, Master Alistair hätte das hier sicher nur zu gern gesehen. Ich brauche wenigstens neue Munitionen. Doppelte Punkte. Ich hätte nicht wenig Lust, um in Scheuklappen anzulegen. Ich habe auch einen Wehrwolf. Noch ein Wehrwolf? Wann ist mein Leben, denn es sind Frauen nur... Ich habe 5. Ah! Ich habe 5. Das ist schlimmer als wenn der Champagne ausgeht. Alter, wie viel der sich schluckt hat. Alter, wie viel der sich schluckt hat. Habe nur ich den Eindruck, dass es unendlich viele von diesen stinkenden Flügel sind? Ich glaube, du hast genügend wie das Wunderweite ist. Wenn sie mich hier mehr. Und ich habe so eine Ahnung, dass es auf der ganzen Welt nicht genug ist. Ich habe so eine Ahnung, dass ich die Kugel nur im Bedienstetenbereich kaufen sollte. Also, ich habe so eine Ahnung, dass die Kugel herausgearbeitet hat. Ja. hä wo ist die Tisse? hä? ich find das ich find die dann vermächt da ich such noch ich such noch ah werwolf ja ich weiß ich such die Bücherei ja die weil die Bücherei die ist das erste Teil für die die Wunderwaffe ich weiß nicht was mir mehr macht diese Dinger oder wie gut ich darin bin sie zu töten Bonuspunkte ja ich hab sie auch ja ich hab sie auch ja ich hab sie auch schweiner schweiner kann mir aber nur Bier leisten können wir mal einen Zombie leben lassen dieses Schweinchen hier ist bereit für ihn nur noch ein paar Kugeln die sollten besser sitzen nur noch ein paar Kugeln die sollten besser sitzen ja ich weiß nicht ich glaube ich hab den Dreh so langsam raus Bleibt dicht bei mir Godfrey ich hab so ne Ahnung dass wir uns noch gegenseitig brauchen werden eine kesse Wahrsagerin und ein Hausknecht mittleren Alters gegen die Scharen der Hölle Was soll da schon schief gehen? Schreiner! Was würde ich darum geben, diese Stimme maximale Munition sagen zu hören? Bitte entschuldigen Sie meine Wortwahl, aber diese Wehrwölfe müssen draußen bleiben. Erfluchte Scheiße nochmal! Ich glaube, ich kenne sie. Im Leben waren sie bereits ebenso unangenehm. Ich versuchte sie. Ich versuchte sie. Ich versche sie. dafür finde ich eine gute verwendung wenn ich keine patronen finde sind meine TAXIMALER MUNITION Ich werde mich hiermit stärken. Wo war das? Der Kegeltus. Wir suchen los hier. Hier ist der Kegeltus. Warum beschleicht mich der Verdacht, dass dieses Stück Holzkohle nützlich sein könnte? Draußen. Draußen ist das nicht. Was? Ja. Nee, das weiß ich selbst nicht. Ich hatte auch so eine Puppe. Die hat er auch nicht gezeigt. Die Puppe habe ich auch selbst gesucht. Aber mach nicht, kann man auch nicht immer alles wissen am ersten Tag. Aber dann tänzt du alles auf einmal. Ja, wo liegt das, wo liegt das? Wo liegt die Scheiße? Ja. 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 Die Puppe. Ja. Ja. Scheiße, ich bin schon wieder. Ich bin das nächste, was ich nicht finde. Nein, ich finde die Sachen nicht. Aber wir alle wissen, dass das nicht stimmt. Die Scheiße finde ich nicht. Für die Wunderwaffen. Ja. Die Braucherstation ist eröffnet. Wir sehen uns jeden Moment geblieben. Nichts, bitte, bitte. Welch erhebendes Gefühl. Dai. Du bist in der Fall. Das ist der Fall zuvor. da ja ja die scheiße ist kaputt Ah, die Scheiße kann man draußen gehen. Ich kann mich auch nach draußen rumsuchen. Keine Weine und gib trotzdem keine Ruhe. Bonus-Route. Behalte die Hände bei dir, Kumpel. Maximale Munition. Schaut ihr auch alle bei mir hier? Wo ist das Scheiß jetzt? Ich bin tot. Oh, wie habe ich das überlegt? Ah ja, ich habe den Dice-Mobos. Ah, die Scheiße hat schon einer aufgesammelt. Kann ich auch lange suchen. Ich bin tot zum Ende. Das ist echt so ein Biss. Ich weiß nicht, ob das besser ist. Das ist alles gut. Ich habe den Dice-Mobos. 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 Jägen Sie mich bei einem Krofon! Wir werden mit den Schiff auf die Hände verrucksen. Ich bin nur noch ein Schiff. 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 Oh, fast, du war! mich beschäftigt hat dass du beim versandt der einladung deine finger mit dem spiel ich habe sie versandt ich bitte um entschuldigung wo sie jetzt ihr todesurteilen gleichen diese waffe verschont nichts und niemanden das ist scheiße ich kann die sache nicht suchen das macht er auch bei mir meine tüte muss mir auch immer hinterherlaufen wäre es zu viel verlangt die fledermaus stinger zum tragen von hosen aufzufordern dann haben sie sich zum letzten mal diese dreckigen clown gewaschen ja Imsterkirch, dieser Dämon ist eine Brandgefahr. Maaai, mein Gitter. Tut mir leid, aber du musst sterben. Das ist eine Bedürfnisse der Dämonen. Was ist das? Komm schon, Godfrey, du hast doch schon oft genug den Stall ausgemistet. Halt dir einfach die Nase zu und denk an England. Dieses Gefühl der Zerstörung ist wie ein Rausch. Das kann jeder machen. Das ist deine Macht. Ey Tom, wo war noch mal das Filz? Oben oder unten? Ja. Okay. Gut, dann sag mal, wenn du einen Bearwolf spawst. Jetzt brauche ich einen Bearwolf. Und wenn du bessere Munition haben willst, dann musst du in die Bücherei dehnen. An der Band. Die Munition ist das erste Mal, glaube ich, kostenlos. Und das nächste Mal, dass 5000 schießt mich tot. Hier war der Teppel da. Da kannst du jetzt bessere Munition tauchen. Ja. Ja, darum. Aber die DDR waren auch leer und dann musst du die da wieder nachholen. Du kannst nicht, wenn du deine normale Waffe nachholst. Sie alle wollen ein Stück von mir. Eigentlich sollte ich mich daran gewinnen. Es gibt noch mehr, ich sehe jetzt. Aber alle sind noch nicht gelöst. Ja. Volle Energie. Wo? Ah. Der Triso hört auch nicht zu, der hat ein Headset. Das sind Leute ohne Headset. Ich bin tot. Mann. Meine Knarre noch leichter wird es zinsen. Ein Drive-Frappus hoch. Ich hau ich Arme nicht aus. Wo kommen diese Monster denn hin? Wo versteckt sich etwas so Großes überhaupt? Nein, der Wolf hat mich in die Ecke. Oh. Meine Waffe wird beängstigend lang. Es wird endlich. Das ist ja schon fast unfair. Ich will nicht neugierig erscheinen, Madam, aber sind Sie wirklich die Tochter einer weggelaufenen Zigeunerprinzessin? Ich weiß nicht, ob ich keine Muniz kommen möchte. Ich weiß nicht, ob ich keine Muniz kommen möchte. Ich weiß nicht, ob ich keine Muniz kommen möchte und ich weiß nicht, wo es die Waffe gibt. Ich will das suchen. Ich hörst die Waffe noch an. Die Bücherei glaube ich war die Waffe. Wo ist die nochmal, die Bücherei? Ich will das suchen los hier. Oh, ich verlaufe mich immer an die Mad. Ich weiß nicht, wie ich das schaffe. Und jetzt sicher keine Faustschläge. Wie kann die Muniz? Nein, du kannst ja auch an der Wand neu tauchen, die Muniz. Dann hast du auch die Muniz. Ich muss mich immer auf den Augen warten. Maximale Muniz. Ich muss mich immer auf den Augen warten. Mann, Trito, warum musst du mir immer hinterherlaufen? Das ist nervig, Alter. Immer wo ich bin, ist Trito. Das ist die größte Demütigung. Die haben dieses Haus zur offenen Kanalisation gemacht. Prima Materia. Wo habe ich das schon gehört? Not macht erfinderisch. Ich habe die Waffe kaum. Komm mal hier unten hin. Guck mal, wenn du die aufnehmen kannst. Ja, Mann, Trito, verpiss dich. Immer steht der Elmer bei mir. Elmer, Trito, macht das keinen Spaß, Alter. Nee. Nee. Das ist scheiße. Er hat kein Headset, Mann. Erst hat sie die ganze Scheiße. Die Wunderwaffe weggenommen uns alle. Gott, Frey, deine Dienste sind erforderlich. Hier, tanzt du die. Hier, tanzt du die nehmen? Dann lassen sie uns das nicht wiederholen, okay? Aber tanzt du die nicht nehmen. Du fühlst dich jetzt richtig gut, oder? Scheiße. Warte. Aber wenn du die Wunderwaffe nicht hast. Dann sei. Ich hab die. Aus der Tiste. Die kann jeder aus der Tiste, Tom. Aber aus der Wand. Aber da hat Triso schon die. Da putze immer aus der Wand. Diese Augen, diese schrecklichen Knopfaugen. So, weiter weiß ich nicht wie das ist, weiter weiß ich nicht wie das steht. Mehr ist noch nicht gelöst. Leute. Wie ist das nur möglich? Wo bin ich da nur durchgedankt? Um Abstoßen? Herzlichen Dank, alter Mann. Aber lassen wir das nicht zur Gewohnheit werden. Ich liebe Männer in Omaform. Sogar einen viel älteren Mann. Sogar eine neue Runde. Sogar mehr als nur bereit. Dann kannst du die auch updaten. Dann hast du so wie hier die Donner. Donner. Ich glaube du musst nur runter und da wo ich dir wohin ne Zeit hab. Und dann hast du so wie die Donner Person. Wenn du die jetzt dritt hältst, die Waffe ein bisschen länger. Dann lad sie dich auf. Dann lad sie dich auf und schieb so. dann lad sie mich auf. Sogarvex5 und Tarno. Hier ist er. Ja ich schieb. Aber die ist nicht. Bereit die Toten zu zerlegen? Ja du bist du habe ich gesagt. Dann ist das hier, siehst du. Ich weiß nicht, wie ich diese Reise beschreiben soll, aber gediegen ist sicher nicht das richtige Wort. Okay, jetzt bin ich bei euch. Die kürzeste Verbindung zwischen zwei Punkten ist der totale Irrsinn. Toll. Es ist gut, wenn du die nicht verlieren kannst. Doppelte Punkte. War es hier lang? Ja. Ah, ich bin gleich tot. Ich bin rot. Verfess euch. Warum die ist alle her? Riech da nicht auf den Teppich. Ah, noch mehr. Ich muss echt auf mich aufpassen. Sonst tut es ja keiner. Ja. 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 aber ich muss schon sagen sie schlagen sich ziemlich maximale munition Ich bin in Stuck hier. du hast mich vielleicht in einem traum getötet dafür tötete ich dich hier und jetzt und zwar nicht im haus sind keine tiere gestattet so lautet die hausordnung wie spiel haben wir es? oha ich bin halb hell das war aber nicht aber es war mir egal auf jeden Fall das hab ich mir auch wenn du dort in der ruins komm mal und komm schaue ich hab mir gesagt ich hab mir gesagt ich hab mir zu viel ja bist ich ja so nicht ich hab mir ich hab mir k Das war's für heute. Jemand muss diesen Nosferatus eine gesunde Körperhaltung beibringen. Unreiner Parasit, ich habe genug von dir. Schreiner! Entschuldige, heute keine Autogramme. Ich wollte das wirklich nicht so sehr genießen, wie ich es tue. Der tut mir jetzt schon fast leid. Bei allem, was heilig ist, ich werde alles umwalzen, was sich mir in den Weg stellt. Ja, jetzt hilft es langsam. Das ist irrsinnig. Die maximale Munition verstärkt. Alles klar. Das Entwand überliegen. Ich fasse es nicht nach all dem noch zu lesen. Du lebst nur mit einem Luchterfried. Vergiss das nicht. Niemand weiß je die Hilfe zu schätzen. Da. Drum. Wie. 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 Hier spielt keiner mehr fair. Wollen wir uns auch gleich sterben lassen? Ne, zu runde. Ja, aber ich muss morgen viel früh aufstehen. Wochenende können wir das machen. Wochenende im neuen Vorrat. Aber wenn ich auf dem Zombie-Klitz jetzt bin, oder hier kommen keine Zombies, dann können wir auch länger spielen. Spielst du und ich bin Avta. Doch. Ja, wenn da zu viele sind, wenn so ein riesen Wolf-Turm, bin ich toll. Und wenn ich nicht sterbe, dann spielen wir morgen früh. Ich weiß es nicht, wir haben keine Zombies. Das sehe ich erst mal in Zombies bohren. Na, ich würde erst mal, wenn die Zombies mich nicht töten. Ich habe mal die Wild West Show besucht, in der Sie auftraten. War das wirklich so? Haben Sie oft gegen Rothäute gekämpft und Mamsellen gerettet? Weit gefehlt, Gottfrey. Aber wer will schon sehen, wie wir uns betrinken, ein paar Dirn flachlegen und uns in den Schlaf heulen. Wobei, das würde wahrscheinlich ein paar Karten verkaufen. Ja, die greifen mich an. Aber nicht. Zombie, zum her. Ja, der tipps, der tipps, der bringt nichts. Du fällst runter. Ja. Na, fünf Zombie sind wir für unten. Der tipps ist jetzt auch nicht. Komm schon, Süßer. Du siehst viel besser aus, wenn du auf deinem Wein stehst. Wenn du wirst, hol ihn auf. Am Boden, aber noch nicht ausgeben. Ich verstehe. Ich dachte, Vampire wären glamourös, gar edel. Die hier sehen eher aus wie tollwütige Gossenkinder. Alter. Wenn wir mit dem Wochenende den Tod schaffen wollen. Komm. Da ist meine Oma noch besser. Schreiner. Alter. Ich hab keine Money mehr. Ich suche die Bücherei. Ah, ich hole euch nochmal. Ich komme. Ich kapisse euch. Ah, ich hole euch. Ich hau ab. Bitte entschuldigen Sie mein Wortwahl. Aber diese Wehrwölfe müssen draußen bleiben. Ja, guck die Scheiße nochmal. Ah. Ich guck die Scheiße nochmal. Ich glaube, ich kenne Sie. In Lüden, warum sie schon allein so unangenehm sind. Was ist das? Ah, aber letzte Runde für mich. Ich hab keine Muni mehr. Jetzt. Wenn die jetzt sterbt, hab ich das. Die Munizont ist so schnell leer, weil die Wunderwaffe. Kannst du glauben, aber du bist tot noch abschreulicher als lebendig. Die Munizont ist so schnell leer. 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 Ich hab kein Schild mehr. Wo liest du? Hä? Läuft. Lieb ich dir schon wieder? Wie du bist raus? Du bist tot, oder was? Der lebt noch. Bonuspunkte! ... ... ... Vielen Dank. 1.123 vorn so habe ich es den anderen im internat gezeigt wenn ich keine dann haben sie sich zum letzten mal diese dreckigen klauen spräche du musst immer eine runde zurückziehen aber lange will ich das auch nicht überleben mehr das wollen einfach nur viele jetzt ich kann es doch nicht lassen dass unser das war nur ein klöpsel der freund Ich bin mir ziemlich sicher, dass es so ist. Keine Sorge, ich werde niemandem sehen, wie ich deinen riesigen Engel gerettet habe. Die wissen nicht, was du in der Munition. Ist es ein Engel? Ist es ein bisschen Wunsch? Nein, ich denk's nur. Du hältst dein Kumpel im Augen. Wo kommen diese Monster denn hier? Du versteckst dich etwas so Großes immer. Es braucht schon mehr als das. Volle Energie. Nichts. Es gibt einen felligen Country. Es ist eine Wohltat für meine Wunden, auch. Schönen Dank auch, Miss. Ich bin leer geschossen. So drückt man das doch dann aus, oder? Letzte Runde. Schöner! 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 Ich denke Sie, ich hätte... Wie würden Sie das ausdrücken? Ihn abservieren? Nein, Mr. Jones. Für die heutige Feierabend musste ich schon genug erfüllen. Gibt es eine Hölle für Monster-Fledermäuse? Ich will es doch stark hoffen. Schöner! Schöner! Ich will wirklich auch kein Meda mehr. Wer wieder feste Watzen ist. Verdrücken! Ich bin schon Haus aus kein gewalttätiger Mensch. Aber den Chakranz ist das egal. Vielen Dank, God-Free. Du kannst jederzeit in meiner Gang mitreiben. 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 Was ist das, was wir tun? niemand weiß die hilfe zu schätzen wenn die herren untoten mich für einen augenblick entschuldigen würden ich habe einen haufen kugeln verbraucht ich muss noch mehr ausbreitend der erlöste erwähnte mal einen Die Dämonen tragen Hosen, die elenden Monster haben. So, ich bin raus. Viel Spaß euch beiden noch. Nein. Einer 400 Tits habe ich erst mit der MP und 750 ist die Aufgabe. Nach 19 Stunden Zeit mache ich morgen.